Untertitelung des ZDF, 2020 In den 20. Jahren Folge auf Platz 1 feiert die Hochschule Bonn Rhein-Sieg mit knapp 8.000 Fans ihr Jubiläum. Mit einem differenzierten Studienangebot und einem modernen Ansatz ist die HBRS immer up-to-date. Virtuelle Vorlesungen, Livechats und Livestreams, mobil und nachhaltig vernetzt, Kommunikation 3.0. Schon 2010, als der erste Rechner im All mit dem Netz verbunden wird, ist die Hochschule in den Bereichen Technologie und Forschung immer einen Schritt voraus. Aktuelle Themen wie Ökologie, Ökonomie und soziale Fragen, ebenso wie Technologie, Kultur und Politik stehen immer weit oben auf dem Plan. Flexible Kinderbetreuung, eine gender- und familiengerechte Hochschule, das ist seit Jahren das Patentrezept. 2005 Im Zeitalter von Facebook, Skype und Co. wachsen das Studentennetzwerk und die internationalen Kooperationen. Nicht nur die erste Musik zum Download revolutioniert die Kommunikation in der Community, sondern auch NGO, Management, IMS und andere Masterstudiengänge. 2000, das Millenium steht unter dem Motto, auf zur Forschung. Nicht um Netz geht die 1 Milliarde zur Website online, sondern die Hochschule datet ihr Studienangebot auf. Öffnung zur regionalen Wirtschaft, Praxisnähe und Verankerung in der Region kompletieren die DNA der Hochschule. Grundsteinlegung für Campus St. Augustin und Rheinbach, der Internet Explorer 1.0, bilden das Fundament für eine rasante Entwicklung. Am Anfang stand die Idee. Let's get started. Am Anfang stand die Danke.